Walter Theodor Zimmerli war ein Schweizer Theologe und reformierter Alttestamentler. Leben Zimmerli besuchte das Gymnasium in Schiers. Anschließend studierte er Theologie an den Universitäten Zürich, Berlin und Göttingen. Nach der praktischen Prüfung Ende April 1930 arbeitete er an der Göttinger Theologischen Fakultät als Assistent der Professorin Hermpel und Ralfs und promovierte im September 1932 zum LIC. C. Theol Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kehrte er in die Schweiz zurück, wo er im August 1933 Pfarrer in Arburg, Kanton Aargau, wurde. Aber schon 1935 wurde er von der Universität Zürich zum Außerordentlichen und 1938 zum Ordentlichen Professor für Altes Testament, Religionsgeschichte und orientalische Sprachen berufen. Nach Lehraufträgen in Berlin und Montpellier folgte er 1951 einem Ruf als Ordinarius für Altes Testament an die Universität Georgia August danach. Göttingen Im Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1970 bis 1978 Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Präsident der Westdeutschen Akademien der Wissenschaften. Zimmerli war wegen seiner wissenschaftlichen Leistungen ein international hoch angesehener Vertreter seines Faches, wofür Gastprofessoren in Yale. Sowie zahlreiche Ehrenpromotionen 1972 die Verleihung der Burkitt-Mädel seitens der britischen Akademie. Die Ehrendoktortitel der Universitäten Göttingen, Zürich, Straßburg und Edinburgh zeugen. In der Zeit als Student in Göttingen heiratete er Irmgard von der Robb, mit der er sechs Kinder hatte. Ein Sohn von ihm ist der Philosoph Walter Christoph Zimmerli. Leistungen Die Bedeutung von Walter Zimmerli liegt zunächst einmal in seinem wissenschaftlichen Werk. Er schrieb grundlegende Kommentare zur Genesis und zum Prediger Salomo. Eine wichtige Arbeit Walter Zimmerles ist ein zweibändiger Kommentar zum Propheten Ezechiel, dessen Verständnisse auf eine ganz neue Grundlage stellte in der Reihe biblischer Kommentar zum Alten Testament. Eine Zusammenfassung seiner Wissenschaft legte er im Grundriss der alttestamentlichen Theologie vor, die seit ihrem Erscheinen zahlreiche Auflagen erlebte. Herausragend ist aber auch die Persönlichkeit Walter Zimmerles. Dem Nationalsozialismus stand er von Beginn an mit unversöhnlicher Abneigung gegenüber. Er stritt gegen die Schweizer Neutralität im Zweiten Weltkrieg und nahm von seiner Heimat aus entschieden zur Verfolgung der Juden und zur Euthanasie-Stellung. Dennoch war er nach 1945 einer der ersten Wissenschaftler, die wieder Kontakt nach Deutschland suchten, und nahm 1951 den Ruf nach Göttingen ohne Zögern an. Zimmerli war einer der beliebtesten akademischen Lehrer der Göttinger Theologische Fakultät im 20. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017